Weißt du was? Ich hab Mädchen in der Klasse, hat Hexnase, hat mehr Bart als ich. Warte mal kurz. Ich hab mehr Bart als ich, denk mal. Was ist da los? Weißt du was? Ich hab Mädchen in der Klasse, hat Hexnase, hat mehr Bart als ich. Ich glaub nicht einfach. Ja, sorry. So, Online-Krampf. Achso, achso. Online-Krampf? Äh, Freunde einladen. Letztensche Ahnung. Ja. Verlobter. Gut. Warte, ich will noch Charakter auswählen. Achso, Charakter kann man sich auswählen? Oh. Gibt ja sehr viele. Ja, Digga. Ja, Digga. Hahaha. Spiel wird erstellt. Spiel wird erstellt. Häh. 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 Spieler in Party. Oh, ich sollte dich... Ich sollte dich ja vielleicht auswählen. Warte auf, Freunde. Warten auf, Freunde. Also, du hast es ja zwar nicht gespielt, ne? Nein. Ich hab's mir gerade heruntergeladen, weil mir einfiel, dass es ja neue PS Plus Spiele gibt. Ey, nein. Hä? Warte. Bleib hier nochmal ein, bitte. Häh. 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 So, jetzt am Spiel Teil nehmen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, Digga. Warten auf, Freunde. Ah, da bist du ja. Ja, Digga. Ich wusste, dass du ... Ich wusste, dass du das ist. Der sieht aus, wie ich beim Kacken, Alter. Mit zauberstab in der Hand. So, also, jetzt reicht's. Tetris, Tetris, glaube ich. Ja, gut. Ja. Ich hab' absolut verkehren. Nein! Ich kann das nicht. Ja. Du hättest die Klappe runterziehen können. Mit was? Mit was kann ich das runterziehen? Weiß ich doch nicht. Angebe, du hast deine Trophäe erhalten. Ich hab das Spiel erst gar nicht gedacht. Ach du, Schreus. Ich hab' das Spiel erst gar nicht gedacht. Ach du, Schreus. du musst hier drücken wir müssen wir müssen jetzt mal hinter dem spiel kommen wie viel kosten eigentlich momentan monopoli 15 Euro 15 Euro das Family Paket ne was zu bedenken ja weil ich ähm nein egal das Gefühl ich bin absolut der Boss wenn ich im spiel oh hab's gewonnen ach ne wie du kannst doch verarschen wie man kann die auch ändern auf zu hacken 4 steht für Lifestyle ich komm da noch nicht dahinter alter äh wie kannst du die drehen das werde ich niemals verraten ja ich lass mich scheiden alles klar so hoch müssen wir also bauen ah nein 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 ich hab absoluten Crap gebaut nein ja tschüss warum man ja hau halt ab wo meine Mutter was deswegen bist du bei einer Präsine nein nein so ich bin einfach zu schlecht so ja fall mal runter ne regenbogen hau und kann mich kann keiner als Streamer ernst nehmen jetzt mal ernsthaft mich kann einfach keiner ernst nehmen wenn ich sowas spiele so ich glaub sie tun sie so oder so nicht was hallo Nein, du Bastard! Ja, Klavier! Wie klassisch! Weißt du, auf solche Spiele können natürlich nur wir kommen, gell? Ich schwör's dir! Nein, es bricht alles zusammen! Hier hast du einen Luftballon! Damit es nicht zusammenbricht! Oh, bei dir struggled! Ja, bei mir... Willst du mich verarschen? Nein! Verdammt! Nein! Ich darf alles von vorne noch mal machen! Verdammt! Guck mich an! Ja, bricht komplett zusammen! Ach, Mann! Auf so einen Scheiß können nur wir kommen, wie gesagt! Ah, fuck! Ernsthaft? Komm, manchmal zufällig! Ah, ne Windmühle! Wieso nicht? Einfach ne Windmühle! Alles klar! Danke, dass du mir hilfst! Findest du sehr nett! Ja, ich helfe wenigstens! Den Satz hier! Oh! 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 Das ist alles zu sagen! Logisch der was macht, Alter! Alles zu sagen? Schon... Los... Wir sollten aber auch ernsthaft mal da an das Spiel drangehen! Ja... Nein, ich hab so Crap gebaut. Ich kann leider gewinnen, gewinnen Werder. Du Assi, Alter. Nein, nein, komm mal hier nicht. Ja. Nein. Was ist das? Das war mein Controller. Ja. Genau, Alter. Scheint wie Brate ausfallen. Du machst mich einfach an. Gleich nochmal, Alter. Oh, überleben. Ich werde sowas noch nicht überleben. Alter. Was ist das für ein Spiel? Scheiß auf Tine Wittler. Ich bin besser. Ich bin besser. Entschuldigung. Das war's klar. Und dieses Cheater. Ich seh halt nichts. Oh. Gut, das war mein Crap. Ja. Es fängt ja wieder an mit dem Crap Gown, Alter. Was ist das? Oh. 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 Klavier. Oh, danke. Really? Hier, bitteschön. Öffne. Das ist wie, hey, Hey und Witz. Ja. Ich bin total überbelichtet. Ah, das schon wieder. Besser über als unter belichtet. Das stimmt. Ach so, ich bin jetzt einfach auf der Hauptverwuchte. Ernsthaft? 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 Nein, das bricht mir alles weg. Nein, nein. Das Spiel ist unfair, Alter. Hä? Dein Luftballon ist unfair, Mann. Was soll das? Dein Leben ist unfair. Dein Leben ist unfair. Ja. Toll. Ich hab das als Würfel gedreht. Alter. Was ist das? Das bricht einfach weg. Nein. Nein, nochmal. Alter, bei mir auch. Nein, verdammt. Ich mag das Spiel. Nicht. Ja. Danke, Tobi. Alter, wie lange hält das? Was? Das geht nicht weg. Ich frag mich was in echtes. Was hast du da gemacht? Ja, klar, das rutscht weg. Hallo. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh, ich hab's doch nebendran gemacht. Maika, antim skills. Mach dein Bus chopper anders in meinem... Da stelle ich mir hier oben drauf. Nein! Alter! Danke! Oh! Warum ist mein Scheiß so mal so einge... Ja, wie oft kannst du das machen, man? Ohne Witz! Dein Hacker! Nein! Nein! Ich war so fein! Fuck, Alter! Was ist das? Ich weiß nicht, was kommt, ne? Oh, okay! Danke! Nein! Ja, komm! Ja, ist echt so, Mann! Wieso schreibt mir der immer Lappen, Alter, dieser Floki von gestern? Der hat keine Freund... Der hat echt keine Freunde, Alter! Der ist einfach langweilig! Es juckt dir nicht! Ich mag das... Ich mag das Spiel echt nicht... Das Spiel hat... Das Spiel... Ja! Danke! Danke! Ja... Schön... Hey, was krieg ich hier? Nein! Oh, oh, oh... Nein! Nein! Komm, mach keine... Ja! Ja! Leck mich doch! Nur wenn du es früher hast... Ja! Natürlich das eine Mittelstück da unten! Boah! Ja! Scheiße! Ja! 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 Ach, ist aber schon! übrigens mit dem linken stick kann man das auch machen was schieben ich mache es mit dem steuerkreuz wenn ich sage ich mache es mit meinem steuerkreuz verdammt naja jetzt ist wenig platz ich hatte mal mit ihnen gezaubert hallo ja was das ja schön ah danke bitte bleib einfach bricht bitte nicht zusammen das war alles Nein! 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 Ja! Im letzten Moment! Bitte! Ernsthaft? Was? Was? Hier, du kriegst einen Kinderwagen oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Ah ne, das ist eine Stütze. Okay. Na, jetzt hast du es auch mal. Ach man! Nein! Nein! Warum? Toll. Hat es ja so gebracht. Hier ist es einfach hin und herrutscht. Ja. Alles klar. Ich weiß, ich schickte gerade mit Jim. Hm? Jetzt was? Hast du wenigstens ein schönes Klavier bekommen? Joom! Joom! Er macht, was er will, man! Mann! Es schippt ihn nicht, er will gar nicht neue Teile. Ja, Digga, hier nimm das, Alter! Oh, ein Klavier, danke! Kann ich wenigstens stabilisieren. Alter, verdammt! Sofortzocken! Was soll ich jetzt? Hallo! Hallo! Ja, komm mal, wie gewollt! Was ist das? Nein! Natürlich! Wie faul! Wie faul ich das da hingehe! Ja! Du Bastard! Also ich geb wenigstens nur noch Mühe bei meinem Turm. Aber du... Ich hab einfach deine Tür genutzt und die Verlängerung. Toll, mein Turm schwebt einfach. Oh, warte. Oh! Oh! Jetzt hab ich Stop bestätigen gedrückt! Na gut! So! Anni, warte, ich hab ne Idee! Wir machen beides! Wir machen beides auf zufällig! Die Schwierig... Den Schwierigkeitsgrad und... Der, äh... Modus... Ah, warte... ... ... ... Um... Ich habe einen Ratschern. Oh. Seems legit. Ja, es gibt einfach halt keinen Gewinner. Ich glaube, mit noch mehr Leuten würde es noch mehr Spaß machen. Ah, da sind wir wieder. Im Modus Rätsel. Äh, Rennen. Was sind Rätsel? Was sind Rätselmodus? Ne, Rennen. Was ist das? Ahhhh. Hehehehe. Schick mal. Schick mal. Da sehe ich nichts mehr. Ach mann. Ich hab Scheiße geholt. Schon wieder. Es kostet so viel Zeit. Ja, Digger. Scheiße. Geil, danke. Wollte schon immer haben. Damit bricht eh grad alles zusammen. Ja. Hallo. Weiß nicht. Also irgendwie. Ja. Danke. Ach, danke. Ach, danke. Dein Klavier wieder. Nein. Verdammt. Es ist runtergerutscht. Diese Musik, gell? Ist ja auch nicht creepy oder so. Ist so hyperfreundlich. Na vor, Alter. So, wie spielt jemand den Park ab. Ich kann ja nichts verbauen. Ist halt alles runter. Nein. Danke. Nein. Ach man. Womit hab ich das verdient. Mit der Geburt? uffizung Was hast du denn eigentlich bekommen? Was ist das? Irgendwie so ein... Dass das Ding sich so... Alles klar. Umdreht. Alles kaputt gemacht hat. Fick dich. Übrigens ist ja... Nein! 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 Ja. Nein, Digga! Mann! Was soll das? Ja. Echt? Nee. Geh Bock mehr. Gequitten. Boah! Guck mal, ich hab den längsten. Ah, den dünnsten, Mann. Ja, unten dick, oben dünn. Genau, aus Frust erstmal Wasser einschenken. Nein, Sprite. Nee, am besten Wodka. Danke. Ich hab hier nur Wolvik Tee. Wolvik Tee. Ja, guck mal. Weißt du das? Was machst du da? Ich freu mich. Das ist ein PS-Plus-Game, Pups-Master. Ich darf schon wieder... ...schau eben aufs Maul bekommen. Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Ich hab alles wieder verkackt. Ja, Digga. Ja, Digga. Alles klar, ich hab jetzt schon... Ja, wieder eins. Die Tee hat gewissen. Boah, Alter, Mann! Wer zählt das erst? Alles klar? Alter, was ist das? Oh. Ich hab einen Bonus-Lehm, Mann. Es geht. Ja, verloren wieder. Oh Gott. Was kommt jetzt? Hä? Aber man darf nichts runterfallen lassen, by the way. Super. Ja, ich weiß. Ich hab mein Leben. Oh, fuck. Ja, ich hab verkackt. Das ging ja schlecht. Um Haaresbreite! Das ging ja schlecht mit dem Spiel. Ähm. Wir haben jetzt schon alle Modis gespielt. Ja, bestimmt auch, ja. Dann, ähm. Sehen wir uns gleich mit dem nächsten PS-Plus-Game. Was ich mir noch runterladen werde jetzt.